Hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Lektion des Demo-Vertiefungskurses Ausschlüsse konkret. Mein Name ist Stefanie Friedrich und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Demokratiezentrum in Wien. Zusammen mit meinem Kollegen Josef Mühlbauer habe ich diesen Kurs erstellt. In dieser Lektion widmen wir uns einigen Good-Practice-Beispielen aus Österreich. Dafür sprechen wir mit Vertreterinnen von vier zivilgesellschaftlichen Initiativen, die mit ihrer Arbeit zu einer inklusiveren bürgerschaftlichen Praxis beitragen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Petra Plischka, Organisationsentwicklerin, Soziologin, Coach, Trainerin und Moderatorin. Im Rahmen der Tätigkeit mit dem FSB-Kundinnenrat unterstützt Petra zusammen mit Mitarbeiterinnen des Demokratiezentrums Wien die Rätinnen bei ihrer Gremiumsarbeit. Damit danke, liebe Petra, dass du dir heute die Zeit für das Gespräch genommen hast. Ich darf das Wort gleich an dich übergeben und dich bitten, dass du dich uns kurz vorstellst und etwas über deine Arbeit und dann auch über deine Rolle beim FSB-Kundinnenrat erzählst. Sehr gerne. Danke für die Einladung zum Gespräch. Ich habe mir gedacht, ich werde vielleicht kurz noch was zu mir selber sagen. Also zunächst, mein Name ist Petra Plischka. Ich sage Plischka, man kann auch Plitzka sagen oder Plicker, ganz egal. Vielleicht eine Beschreibung meiner Person. Ich bin eine weiße Frau. Ich sitze in meinem Office zu Hause und ich habe dunkle Haare, trage eine Brille und habe meine Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Und das ist auch der Grund, warum mein Gebärdenname Petra ist. Also quasi eine Faust, die einen Zopf bildet, weil ich eigentlich fast immer schon seit den 20 Jahren, wo ich in der Szene tätig bin, meine Haare zu einem Zopf zusammengebunden trage. Und deswegen haben mir die gehörlosen Menschen diesen Gebärdennamen verpasst. Ja, zu meiner Vor-Vorgeschichte, wie ich dazu kam, solche Gremien wie den Kundinnenrat zu begleiten. Ich habe eigentlich Hotel- und Restaurantmanagement studiert in den USA, war auch im Hotel- und Restaurantmanagement tätig. Das heißt, ich war immer schon auf einer Dienstleistungsebene mit ganzem Herzen dabei. Und auch, wenn es um unterschiedliche Sprachen ging. Und ich habe mir halt immer gedacht, naja, das wird natürlich Englisch sein und ich werde international ganz viel tun. Und bin aber jetzt bei der Gebärdensprache gelandet und auch bei dem Umsetzen in einfachere Sprache, um eben Menschen mit Lernbehinderungen einen Zugang zu Informationen zu gewährleisten. Und so kam es eben dazu, dass ich mich zunehmend auf die Prozessbegleitung spezialisiert habe. Und zwar kam ich mit 27 ein bisschen auf die Idee, mich selbstständig zu machen. Bin aus der Hotellerie ausgestiegen und in die Unternehmensberatung gegangen. Und seitdem eigentlich immer bei, also das Netzwerk, bei dem ich tätig war, war die ÖAR Regionalberatung. Und da ging es immer schon um Partizipation, sei es jetzt von einem Bürgerinnenrat oder von einer Region, die irgendwas weiterentwickeln möchte, einer Organisation, die was weiterentwickeln möchte. Und da habe ich ein paar Tricks gelernt. Letztendlich kochen wir alle mit Wasser. Aber was es halt bedeutet, Menschen einzubeziehen in Entscheidungen, die ihr Leben auch betreffen. Wenn ich in einem Bürgerinnenrat mitspreche, dann tue ich das, weil es ja mit meinem Leben was zu tun hat. Und daher kommt auch meine Herangehensweise an das Ganze. Ich darf seit dem Jahr 2000 oder 2001, ich weiß nicht mehr genau, Gruppen von Menschen mit Behinderungen begleiten. Die erste große Gruppe war eine Zusammensetzung aus Menschen mit unterschiedlichen Mobilitätseinschränkungen, aber auch Sinnesbehinderungen. Und ich wurde angeheuert als Moderatorin für so eine Gruppe. Und da ging es schon darum, wie möchten Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Weil es ja auch heute noch oft so ist, natürlich, wenn man Spenden lukrieren möchte, dann ist es immer, mei, die Armen und die wollen doch und bitte spenden Sie. Und um da ein bisschen einen Gegenpol aus dieser Mitleidsmasche heraus zu entwickeln, haben wir dann die Kampagne des 21. Jahrhunderts auf die Weide gestellt. Es wurde nie eine Kampagne, aber es wurden viele Projekte, die auch jetzt noch Richtung Selbstbestimmung und Mitbestimmung von Menschen mit Behinderungen gehen. Also das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Und wie kam es dann dazu, dass du zum FSW-Kundinnenrat, also diese Unterstützungsarbeit dann begonnen hast? Das hat natürlich viel mit dieser Arbeit zu tun, die ich seit ungefähr dem Jahr 2000 machen kann und darf. Durch diese jahrelange Zusammenarbeit habe ich mir, glaube ich, Tools angeeignet oder Fähigkeiten angeeignet, die unterstützend sind, um Menschen, die bisher ausgegrenzt waren, die Teilhabe zu ermöglichen. Weil auch in der Moderation, natürlich moderieren, das kann man lernen, das kann man können. Und trotzdem, wenn ich eine blinde Person, eine gehörlose Person und eine Person mit Lernbehinderung im gleichen Raum habe, muss ich dafür sorgen, dass ich auf allen Ebenen, also dass ich allen Ebenen gerecht werde. Und das widerspricht sich natürlich manchmal. Also ich glaube, es ist am einfachsten zu verstehen mit den unterschiedlichen Sinnesbeeinträchtigungen, wenn ich hören kann, aber nicht sehen, brauche ich was anderes als umgekehrt. Und jetzt kommt in meinem konkreten Fall noch dazu, dass ich sehr viel mit Menschen mit Lernbehinderung arbeite, weil ich gerade, ich sage jetzt mal seit zehn Jahren in etwa, zwölf Jahren, viel in Einrichtungen der Behindertenhilfe unterstützen kann und darf mit meiner Kollegin gemeinsam. Und zwar immer, wenn es um den Aufbau von Mitsprache und Mitbestimmungsstrukturen geht. Also man muss sich vorstellen, sowas wie einen Betriebsrat, das kennt man. Und man kennt auch einen, weiß ich nicht, Kundenrat der ÖBB. Also da gibt es überall schon so Beiräte und Stellen, an die man sich wenden kann, auf Peer-Ebene sozusagen. Und schon seit vielen Jahren wird auch von der Gesetzgebung her und auch von den Fördergebern gefordert, dass es in Einrichtungen der Behindertenhilfe Mitsprache und Mitbestimmungsstrukturen gibt. Und da haben wir halt erlebt, dass so Einrichtungen, ich nenne jetzt keine Namen, das sind große Trägerorganisationen, die Werkstätten betreiben und Wohnhäuser, die dann sagen, ja, wir haben ja da eh gewählt, es gibt da eh zwei Leute, die sind gewählt worden, aber da kommt nie was. Die tun da nichts und die können das ja auch nicht und wir würden eh wollen, aber das wird halt nichts. Und dann ist unsere Aufgabe bisher gewesen, zu unterstützen, dass es da Strukturen gibt. Also wenn ich irgendwo mitreden möchte, muss ich ja, also ich muss erstens einmal selber ein bisschen wissen, wie trete ich auf? Was sind überhaupt Themen, die man an eine Geschäftsleitung heranträgt? Was sind Themen, die man eher in der Gruppe selbst besprechen muss? Also das muss man erstens einmal als Person lernen. Es geht also darum, die Gewählten zu unterstützen, ihre Rolle wahrzunehmen, aber dann auch mit der Geschäftsleitung zu vereinbaren, na wann treffen wir uns denn mit der Geschäftsleitung überhaupt? Und wie kann ich als, ich nehme jetzt als Beispiel, ich bin eine gewählte Werkstatträtin und soll an die Geschäftsleitung Wünsche, Anliegen und Beschwerden herantragen? Wie komme ich denn zu den Aussagen meiner Kolleginnen und Kollegen? Auch da braucht es ein Format, da braucht es Unterstützung. Gerade die Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen sind, haben natürlich oft einen sehr hohen Unterstützungsbedarf. Und wenn ich jetzt eine Frau mit einem hohen Unterstützungsbedarf bin, die gewählt wurde, kann ich natürlich eine Person, die auch einen hohen Unterstützungsbedarf hat, nicht unterstützen, sondern da braucht es noch einen zweiten oder dritten. Ist das verständlich? Also was meine ich mit hohem Unterstützungsbedarf? Ich könnte eine Frau sein, die nonverbal ist, die also nicht sprechen kann, aufgrund einer spastischen Lähmung zum Beispiel, aber im Kopf ganz klar da ist. Und ich könnte was sagen, ich kann es nur nicht. Ich kann es auch nicht mit Gebärdensprache, weil auch meine Hände sich nicht bewegen können. Dann habe ich zum Beispiel ein Kommunikationstool. Ich habe einen Passer, man kann mir von den Augen was ablesen. Oder ich habe, manche haben auch so einfach nur das Alphabet vor sich liegen und können dann mit dem Finger das Wort buchstabieren. Dazu brauche ich jemanden, der das gut lesen kann. Mein Gegenüber kann nicht jemand sein, der zum Beispiel auch nicht lesen kann. Und ich sehe meine Arbeit darin, da gemeinsam auch mit den Personen vor Ort, mit dem Personal, gemeinsam zu entwickeln, wie kann es gehen? Wie kann die Kommunikation funktionieren? Weil wenn wir von politischer Teilhabe sprechen und von Demokratiebildung, dann muss ich ja auch reden können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, dass die Informationen, was geht es hier eigentlich, ganz selten so aufbereitet sind, dass die Personen, die mitreden sollen, es auch verstehen können. Jetzt wird sich sehr bemüht, das in leichte Sprache zu übersetzen. Es wird bemüht, das mit Piktogrammen zu untermauern. Und trotzdem musst du dich manchmal mit jeder Person einzeln nochmal hinsetzen, weil es jeder und jede für sich einzeln braucht. Und es braucht viel, viel Zeit. Und diese Zeit den Leuten zu geben und nicht davon auszugehen, dass sie es lernen werden. Das ist nämlich auch so ein Ausschließungskriterium, dass sie sagen, sie lernen es halt nicht. Ja, sie sind Menschen mit Lernbehinderungen. Das ist so. Deswegen wird es immer unsere Aufgabe sein, hier zu unterstützen. Und aus der Arbeit heraus bin ich auch mit dem FSW schon lange in Kontakt. Und dann kam es eben dazu, als klar wurde, es wird einen Kundinnenrat für den FSW geben, der eben den FSW, den Fördergeber in Wien für die Einrichtung in der Behindertenhilfe, beraten soll. Geht es genauso wieder um diese Strukturen. Wann ist eine Besprechung? Wie lange kann die dauern? Wie kommen die Leute überhaupt hin? Also wirklich sehr praktische Dinge. Und das aber natürlich ein bisschen auch begleitet auf dieser soziologisch- organisationsentwicklerischen Ebene. Wie fließt das dann wieder, also beim FSW geht es konkret darum, wie fließt das an den Fördergeber, an die, die die Leistungen bezahlen, als Rückmeldung ein? Und was machen die dann damit? Und wie kriegen dann die, die da beraten, auch wieder Rückmeldung? Also diese Strukturen da auch zu bauen. Und das ist so meine Tätigkeit. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es dabei auch darum, quasi Infrastrukturen und Prozesse zu schaffen, die eben nicht nur eine Chance und Gleichheit, sondern eben eine Chance und Gerechtigkeit auch möglich machen. Also eigentlich ja auch etwas, das auch aus einer menschenrechtlichen Perspektive eigentlich ein Um und Auf ist. Und ein Anspruch einfach auch ist, den Menschen dann, die unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, auch haben. Ganz genau. Von Ausgrenzung und Ausschlüssen auch geschützt zu werden, soweit sie geschützt werden können. Genau. Ja, und sich auch ein bisschen selber, ich sage jetzt mal, auf die Beine zu stellen. Das ist ein bisschen Euphemismus bei Rollstuhlfahrern, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die eigene Position einzunehmen und auch mutig zu sein und auch zu lernen, manchmal zu scheitern und dann auch wieder weiterzumachen, weil es mein Menschenrecht ist. Und ich glaube, ihr kennt sicher in euren Ausbildungen und so weiter zum Beispiel diese Stufen der Mitsprache, wenn es um Demokratiebildung geht. Und die nehmen wir natürlich auch heran. Ich weiß schon, es geht nicht darum, dass man eine Stufe nach der anderen erreichen muss. Man kann auch unterschiedlich. Aber bei all diesen Modellen, die ich natürlich auch mir zusammengesucht habe und auch im Studium gelernt habe, fehlt meiner Meinung nach immer die unterste Stufe, nämlich dafür zu sorgen, von wegen Infrastruktur, dass die Menschen überhaupt dabei sein können. Also das fängt natürlich so ganz banal an mit Rollstuhlzugänglichkeit. Aber es geht ja auch darum, wenn ich jetzt wieder bei Einrichtungen der Behindertenhilfe bin oder beim FSW als Fördergeber, heißt das auch, ich mache die Tür auf und sage, natürlich könnt ihr dabei sein. Nicht, naja, ihr könnt das ja nicht. Ihr habt eine Lernbehinderung oder mein Gott, was wisst ihr schon? Wir wissen eh, was für euch gut ist. Also diese, ich sage jetzt unterste Stufe im Sinne von Basis, sicherzustellen, dass es wirklich barrierefrei ist, dass es Gebärdensprachdolmetscher gibt. Punkt. Ohne Diskussion, ob da jetzt jemand, also Gehörlose melden sich zu Veranstaltungen nicht an, weil sie davon ausgehen, dass es keine Dolmetscher gibt. Veranstalter bieten keine Gebärdensprachdolmetscher, weil sie sagen, kommt eh keiner. Das ist ein Teufelskreis und genauso ist es mit Vorträgen in einfacherer Sprache oder zumindest eine Zusammenfassung zwischendurch. Und also da, da setzt meine Arbeit an. Also wenn wir dann bei der Partizipationspyramide bleiben, weil das eins der Modelle dann, ja genau, die unterste Stufe ist also die Stufe des Informationen einholens oder informiert zu werden. Aber natürlich, wenn diese Ebene schon nicht barrierefrei ist, dann wird es nie dazu kommen, auf eine andere Stufe zu kommen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es muss zuerst die Zugänglichkeit geschaffen sein und dann können wir dafür sorgen, dass die Information barrierefrei ist. Ja, genau. Also ich würde dir so quasi noch unter das informiert sein, würde ich wirklich die Barrierefreiheit stellen, weil es hat mehrere Gründe, ja, aber das, also es fängt eben damit an, dass man schon sagt, wozu soll ich überhaupt informieren? Du kommst ja dort eh nicht hin. Ja. Und dann muss die Information barrierefrei sein, das ist ganz klar. Und es muss eine Hohlschuld und eine Bringschuld geben. Und wir wissen ja, also wenn wir bei der Pyramide bleiben, du hast die eine Seite des, also derer, die partizipieren und die andere derer, die dafür sorgen, dass Partizipation möglich ist. Das heißt, auf der Seite des Ich mache es möglich, sorge ich für Barrierefreiheit, stelle Informationen rechtzeitig zur Verfügung. Also gerade auch für Menschen mit Lernbehinderungen, auch beim Kundinnenrat jetzt, mit oder ohne Lernbehinderung. Ich muss Informationen wirklich rechtzeitig geben, damit eine Person, die Unterstützung braucht, ihre zwei Wochen Zeit hat, sich auf seine Sitzung vorzubereiten. Weil so eine Unterstützerin hat nicht jeden Tag Zeit oder ein Unterstützer. Ja, da muss man sich einen Termin ausmachen, dann kommt der, kommt der nicht. Also der Faktor Zeit gehört auch zu diesem Barrierefreiheitsding dazu, zu dieser untersten Ebene. Jetzt haben wir schon über einige der Ausschlüsse gesprochen, mit denen du dann zu tun hast, denen du in deiner Arbeit begegnest. Vielleicht wollen wir vor allem auch für die Kursteilnehmerinnen trotzdem nochmal so gebündelt darauf zu sprechen kommen. Also welche Formen des sozialen Ausschlusses oder der sozialen Ausgrenzung dich vor allem in deiner Arbeit beschäftigen? Also da gibt es einen Satz, der heißt Behindert ist, wer behindert wird. Wir arbeiten auch in der politischen Arbeit und in der Fördervergabe immer noch nach dem medizinischen Modell. Das heißt, das werden die Personen vermessen. Was kannst du nicht? Und das, was du nicht kannst, gleichen wir durch Förderung aus. Und das führt zu sozialem Ausschluss, weil wir uns immer nur auf die Defizite konzentrieren und nicht schauen. Also natürlich muss auch ein Defizit ausgeglichen werden. Also es muss einen Rollstuhl geben, wenn ich nicht gehen kann. Es muss einen Gebärdensprachdolmetscher geben, wenn ich Gebärdensprache brauche. Also es braucht sehr wohl den Ausgleich des Defizits. Aber ich brauche vor allem auch ein, ich muss auch die sozialen Hürden abbauen. Und was nutzt mir der beste Rollstuhl, wenn ich nirgends reinkomme? Was nützt mir, dass ich gut Gebärdensprache kann und die wenigsten Gehörlosen können die Gebärdensprache gut, weil sie es in der Schule nicht gelernt haben? Also wir fangen bei der Bildung an, aber das ist ein anderes Kapitel. Also behindert ist, wer behindert wird. Das medizinische Modell der Einstufung ist falsch. Wir müssen nach dem ICF arbeiten, wir müssen danach arbeiten, dass es um die Klassifikation nach meiner Fähigkeit geht. Und wenn wir mit dem Modell arbeiten, dann sind die sozialen Ausschlüsse schon gleich gar nicht mehr so stark, wie wir sie vorher kennen, wenn es um das Thema Behinderung geht. Ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung mir ein paar Gedanken gemacht. Ich würde das gern zitieren, was mir dazu eingefallen ist. Weil vielleicht macht es das ein bisschen plastischer. Eine Mitstreiterin sagt immer, wir chronisch Normalen, wir haben halt die Barrieren in den Köpfen. Und ein Beispiel dafür ist, ich bin in einer Einrichtung, es geht darum, dass eine Person zum Werkstattrat gewählt wird und die Leitung dieser Einrichtung sagt, unsere Leute können das aber nicht. Wenn ich mit der Haltung auf die Menschen schaue, dann kann es nicht gehen. Also das ist so ein Ausschluss. Oft auch gut gemeint, nein, da sind sie überfordert und der hat ja sonst auch psychisch so Probleme. Und nein, das geht wirklich nicht. Und ich verweigere halt so etwas als gegeben anzunehmen. Ich denke mal, jede Person hat natürlich das Recht zu sagen, nein, es ist mir zu viel. Auch bei den Kundinnen und Rätinnen erleben wir es natürlich. Es ist viel. Es ist eine neue Aufgabe. Und ich darf sagen, es ist mir zu viel. Aber ich als chronisch normale, also als nichtbehinderte Person darf mich nicht hinstellen und sagen, du kannst es nicht. Wir können ja schauen, wie machen wir es möglich. Also das war eines dieser Zitate, was mich in letzter Zeit sehr berührt hat, war, das ist jetzt schon zweimal passiert, wir waren mit irgendwelchen Gruppen, muss gar nicht Kundinnenrat sein, bei politisch Verantwortlichen und auch bei irgendwelchen Leitungs, also Menschen in höheren Positionen. Und es waren Menschen dabei, die einen höheren Unterstützungsbedarf haben. So wie das Beispiel, das ich vorher gebracht habe, man ist nonverbal, braucht vielleicht einen Rollstuhl, braucht also recht viel Assistenz. Und eine solche Person, die einen so hohen Unterstützungsbedarf hat, sagt, ich brauche mehr Unterstützung bei der Freizeit. Mir ist oft sehr langweilig. Und dann hört man von diesen Personen, die da im Raum sitzen, sowas wie, naja, dann müsst ihr euch halt ein bisschen absprechen untereinander, müsst halt gemeinsam was machen. Und ich denke mal, diese, ich sage jetzt weder Mann noch Frau, ja, aber diese Person sitzt im Raum mit einer anderen Person, die einen sehr hohen Unterstützungsbedarf hat, wo man sieht, Person mit Unterstützungsbedarf braucht für jeden Handgriff eine Hilfe, braucht einen Rollstuhl, braucht vielleicht unterstützte Kommunikation, die nicht alleine funktioniert. Und brauchst jede Bewegung aus diesem Wohnhaus heraus einen Freizeitfahrtendienst. Und der Freizeitfahrtendienst ist aber limitiert, da gibt es nur x pro Monat. Und dann sitzen da die großen Zampanos und sagen, na müsst euch halt ein bisschen was miteinander ausmachen, dann wird euch schon nicht so langweilig sein. Das ist ein Sozialausschluss. Dass in diesen Köpfen, obwohl man sich persönlich begegnet, nicht klar wird, dass es halt Unterstützung braucht. Und man dann sagt, na, was wollt ihr eigentlich, habt ihr ja alles. Also das macht mich, man merkt, ich werde auch immer wütender und, also im positiven Sinne. Es zeigt ja auch eine gewisse Resilienz, die auch notwendig ist, gerade wenn man es mit Formen sozialer Ausgrenzung zu tun hat, nämlich beruflich und tagtäglich. Und versuchen, da eben auch entgegenzuwirken. Ja. Aber dann, wenn du gerade schon sagst, mach dich wütend oder bewegt dich in einer Art, dann lass uns doch nochmal genauer darüber sprechen jetzt, wie dieses, diese Konfrontation, dieses Konfrontiertsein mit sozialer Ausgrenzung deine Arbeit konkret beeinflusst. Wie prägt es dein Handeln, dein Agieren in einer beruflichen Tätigkeit? Ja. Also wie du schon gesagt hast, das knüpft da natürlich sehr gut an. Wie prägt es mein Agieren? Also ich erlebe mich selbst als zunehmend wütender und radikaler. Und zwar als Verbündete der Betroffenen. Als selbst nicht betroffene Person. Zumindest nicht persönlich. Ich selbst bin nicht betroffen. Hoffentlich auch noch länger nicht, weil natürlich niemand wünscht sich das. Das ist auch ein Zitat eines Blindenmannes, der dann mal gesagt hat, natürlich sind wir eine Minderheit. Und niemand, wir wünschen euch nicht, dass ihr zu unserer Minderheit dazugehört. Wir wünschen uns nur, dass ihr versteht, was wir brauchen. Also ich sehe mich als Verbündete der Betroffenen. Und ich weiß natürlich, dass es für alles, für alle Lebenslagen und Lebenssituationen unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ja? Also auch als nichtbehinderte Frau kann ich mal sagen, ja, aber für mich wäre X wichtiger. Also ich nehme jetzt ein ganz blödes Beispiel. Es geht mir um meine Gesundheit. Ich muss schauen, dass ich gesund bleibe. Ich sollte eigentlich immer mehr die Treppen gehen. Die sollen doch bitte alle Rolltreppen abdrehen und Fahrstühle, damit wir Menschen gesünder leben. Würde ich jetzt sagen. Natürlich widerspreche ich damit denen, die eine Mobilitätseinschränkung haben. Oder ganz einfach denen, das egal ist, dass sie die Treppen vielleicht gesünder werden. Also es gibt natürlich immer unterschiedliche Sichtweisen. Und so ist es auch in der Politik. Und Demokratie ist nun mal ein Aushandeln von Kompromissen. Und ich, wie gesagt, erlebe mich als zunehmend wütender und radikaler. Aber meine liebe Kollegin, mit der ich seit Jahren zusammenarbeite, sagt immer, du bist immer so verständnisvoll. Und ich glaube, das gehört, das ist also mein Ansatz. Also verständnisvoll auch für die, die gerade ausgrenzend sind. Weil wir können nur aufeinander zugehen, wenn wir verstehen, warum jemand ausgrenzend ist. Ich gehe mal davon aus, also meine Haltung ist, niemand tut etwas aus böser Absicht. Vielleicht aus Eigeninteresse und sagt, na also, mir ist es anders lieber. Aber ich glaube nicht, dass irgendwo die böse Absicht dahinter steckt. Auch ein Ausländerfeind ist möglicherweise nicht grundsätzlich ein schlechter Mensch. Macht nur schlechte Dinge. Und nur wenn wir aufeinander zugehen, glaube ich. Und das braucht doch die anderen. Es braucht die Opposition und es braucht die, die sich gegen das Radikale wenden. Aber ich sehe meine Arbeit wirklich im Kompromisse finden und dabei unterstützen, dass die Leute aufeinander zugehen und gemeinsam Lösungen finden. Also so erlebe ich mich, glaube ich, aus Innensicht. Und jetzt bezieht sich das doch sehr stark auf quasi deine Haltung und auch deinen Umgang mit den anderen Nicht-Betroffenen, wenn ich dich richtig verstehe. Möchtest du uns noch ein bisschen mehr Einblick geben, was das bedeutet für deine Arbeit konkret mit den Betroffenen? Also ganz konkret bedeutet das, dass ich in meiner Arbeit Methoden der partizipativen Moderation anwende. Und ich wünsche natürlich allen, die jetzt auch diesen Lehrgang machen, dass man da ein paar Tricks schon gelernt hat. Es geht halt wirklich darum, also ein ganz konkretes Beispiel. Wir beginnen jede Runde, so wie es andere auch tun, wenn ein Meeting ist mit Wie geht's dir heute? Und haben dafür aber drei verschiedene Kärtchen. Und zwar Rot, Gelb und Grün. Also erst einmal die Farbunterscheidung. Und auch noch das Format ist unterschiedlich, weil wir auch einen blinden Mann in einer Runde dabei haben. Und damit er anhand der Form des Kärtchens erkennen kann, welches er in die Höhe hält, hat das auch noch eine unterschiedliche Form. Und die Aufwärmrunde beginnt eigentlich jetzt immer damit, mit welcher Stimmung bist du heute da oder wie geht's dir heute? Und wenn jemand die rote Karte zeigt, weil Rot halt heißt, mir geht's schlecht, dann fragen wir ab, ist es etwas, das dich daran hindert, heute hier gut mitzumachen? Oder ist es etwas, dass du uns schnell erzählen willst, damit du dir von der Seele reden kannst, damit du dann arbeitsfähig bist? Und wenn jemand aber sagt, nein, mir geht's so schlecht, ich kann heute wirklich nicht, dann wird hier gestoppt, wir unterbrechen und sagen, okay, dann begleiten wir dich, gehen in den Pausenraum oder wir rufen einen Fahrtendienst oder wie auch immer. Also so ein ganz konkretes, praktisches Beispiel. Weil, ich meine, jeder von uns hat einmal einen guten oder schlechten Tag, aber gerade Menschen mit Lernbehinderungen oder Menschen auch mit psychischen Erkrankungen, trauen sich dann oft gar nicht sagen, dass es ihnen eigentlich gerade ganz schlecht geht. Und da auch zu ermutigen und zu sagen, du, sei sehr offen, es ist ein geschützter Raum, du kannst das sagen und du kannst auch sagen, mir geht's halt nicht gut. Und wenn jemand ein grünes Kärtchen hat, dann wollen wir natürlich auch wissen, gibt's irgendwas Besonderes, ein besonderes Highlight. Und so steigen wir in Sitzungen ein. Ganz banal. Und trotzdem so wichtig. Also auch eine Maßnahme, mit der man auch lernt, über seine eigenen Bedürfnisse und Voraussetzungen, mit denen man in eine Situation eintritt, auch zu sprechen und diese auch offen zu legen und zu teilen. Und auch sich abzugrenzen. Ja. Und auch zu sagen, okay, gut, also, weil es passiert schon sehr oft, dass die Leute halt wirklich, also, ich habe einen Klienten kennengelernt, der bei jeder Sitzung sagt hat, U-Bahn kaputt. Weil halt wieder mit der U-Bahn irgendwas nicht funktioniert hat. Und dann auch zu sagen, okay, gut, dann hast du das jetzt gesagt und jetzt ist das Thema U-Bahn erledigt. Also auch um die Gruppe einzuschwingen auf deine persönlichen Anliegen sind wichtig, aber sie gehören dann trotzdem hier nicht her. Sie gehören nur insofern daher, dass sie, dass du als ganzer Mensch da sein darfst, aber dass du trotzdem bitte darauf Rücksicht nimmst. Es sind andere auch noch im Raum. Und wir wollen ja gemeinsam etwas erarbeiten. Also, ja. Also es ist ein Moderationsding zum Beispiel. Die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Du hast uns jetzt schon einiges erzählt über die Schritte und Maßnahmen, die du konkret in deiner Arbeit setzt, die man aber auch generell setzen kann, um eben Teilhabeprozesse inklusive zu gestalten, was letztlich natürlich zu einer größeren Möglichkeit auf demokratische Partizipation auch Auswirkungen hat. Zuletzt würde mich noch interessieren, wie du die quasi Effekte beschreiben würdest, die diese Arbeit, dieser Zugang auf betroffene Personen, auf die Personen, mit denen du arbeitest, auch nicht betroffene Personen, haben. Also wie kannst du das beschreiben? Was passiert dann in diesen Prozessen? Also die Personen selber, die Betroffenen, die in diese Rollen hineinwachsen dürfen, erlebe ich jedes Mal als über sich hinauswachsend. Also das ist eine Art der Persönlichkeitsbildungsmöglichkeit, die den Menschen bisher verschlossen war oder vielleicht doch im Rahmen ihrer Einrichtung auch schon möglich war. Und wieder geht es einen Schritt weiter. Also die Betroffenen selbst, egal ob mit oder ohne Lernbehinderung, auf jeden Fall, wenn sie aus so einer Opferrolle, die wir ihnen ja meistens zuschreiben, heraus in eine aktive Teilgaberolle kommen, nämlich ich habe was zu geben, wachsen unheimlich über sich hinaus. Also das ist das eine. Und auf Seiten der Nichtbetroffenen ist es immer, ich nenne das eigentlich den Aha-Effekt. Also durch diesen, der wichtigste Punkt ist und das auch jetzt in der Arbeit mit dem FSW oder auch auf anderen politischen Paketten, die persönliche Begegnung. Eben wenn ich erzähle, dass da einer dann sitzt und sagt, dann müsst ihr halt die persönliche. Aber dann wird halt weiter darüber gesprochen und dann entsteht so ein Achso, Moment, Entschuldigung, das habe ich aber jetzt dann falsch verstanden. Natürlich, jetzt habe ich es kapiert. Also es ist so ein, man kann die Landkarte des anderen betreten, wenn man in Kontakt kommt. Und das, glaube ich, ist der Hauptteil meiner Tätigkeit, dass ich dafür sorge, dass es Begegnungsräume gibt und dass die, die dann Entscheidungen treffen, können im Kopf behalten, für wen sie diese Entscheidungen eigentlich treffen und in wessen Interesse. Und mit wem. Und mit wem, natürlich. Natürlich. Das wäre überhaupt das Allerbeste. Ich hoffe, es kandidiert bald jemand für den Nationalrat mit Lernbehinderung, weil die haben nämlich gar keine Lobby. Und jetzt nochmal im Kontext des FSW-Kundinnenrats. Ja. Da nochmal einen letzten Einblick in da die konkreten Prozesse oder eben auch gerade in diese Effekte, die da in diesem Gremium auch passieren. Im Gremium, also die Rätinnen oder auch mit dem FSW gemeinsam. Vielleicht zuerst das eine und dann im Kontext. Also das Gremium selber hat natürlich auch einen, wir lernen miteinander zu tun, Prozess hinter sich. Es ist das erste Mal gewählt worden, ein Kundinnenrat. Es ist der erste Kundinnenrat überhaupt in Wien. Das heißt, da mussten einmal diese sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten lernen, auch miteinander im gleichen Raum über gemeinsame Themen zu sprechen. Und also das war immer alles sehr respektvoll, das von Anfang an, aber das wird einfach auch immer besser. Und auch ein bisschen Klarheit zu kriegen, dass man sehr wohl auch, also ich bin jetzt Interessengruppe gehörlos. Ich fokussiere mich halt vor allem auf Gehörlosigkeit und Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Also auch ein bisschen eine Ausdifferenzierung. Wir sind doch 14 Leute. Und um arbeitsfähig zu sein, also in der ganz großen Gruppe geht es eigentlich wirklich, da sind wir meistens nur auf der Informationsstufe. Da wird halt Informationen hin und her getauscht und wann ist welcher Termin. Aber wirklich arbeiten tun wir dann meistens in einem kleineren Setting. Also das ist das Praktische. Und wie gesagt, das Gremium selbst hat sich, glaube ich, sehr gut aufeinander eingespielt und macht auch so Sachen wie, naja, der Kollege X war jetzt aber schon lange nicht da. Wo ist denn der? Bitte tun wir da was. Und der Effekt Richtung FSW ist sicherlich der, also soweit mir bekannt ist, hatte der FSW durchaus die Absicht zu sagen, okay, wir wollen jetzt einmal die Straßen bauen für die Kommunikation. Wir wissen sehr wohl, dass wir es noch nicht gut machen und wir werden es auch nicht von Anfang an gut hinkriegen, aber wir machen mal. Und da ist auf Seiten des FSW, da möchte ich wirklich eine Lanze brechen, ein bisschen, vielleicht bin ich da ein bisschen parteiisch, das weiß ich nicht, aber so wie ich es erlebe, da ist wirklich viel passiert. Im Sinne von, wie müssen wir die Besprechungen gestalten, damit sie eben barrierefrei sind. Wir waren natürlich mitten in der Covid-Zeit, das heißt, man musste auch Unterstützung anbieten für die Online-Teilnahme an einer Besprechung. Und da ist viel gelernt worden auf allen Seiten, was es braucht. Und ich glaube, jetzt der nächste Schritt muss dann wirklich sein, zu sagen, okay, was machen wir jetzt eigentlich mit dem, was da gesammelt wird. Da ist, glaube ich, noch ein Lernen notwendig. Auch auf beiden Seiten. Das Gremium selber muss klarkriegen, womit gehen wir zum FSW. Und der FSW muss klarkriegen, das, was wir da kriegen, was machen wir damit? Und wie melden wir dem Gremium wieder zurück, was mit den Anregungen passiert. Vielleicht werden da nicht nur Dinge gelehrt, sondern auch Dinge verlernt, die man zuvor sich lange angeeignet hat. Nicht unbedingt zum Positiven. Ja, das ist ein guter Hinweis, das muss man noch aufschreiben. Das stimmt. Es wird wahrscheinlich noch einiges verlernt. Ja. Ja, und damit trägst ja unter anderem du mit deiner Initiative und deiner Arbeit ja auch bei. Ja, ich hoffe. Ja, dann ich darf mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken, für dieses offene und informative Gespräch und auch die Einblicke in deine Arbeit allgemein, aber natürlich auch in die Arbeit und in die Unterstützungsarbeit mit den Kundinnen, mit den Rätinnen des FSW-Kundinnenrats. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel mitnehmen können und ich freue mich auch, dass die Kursteilnehmerinnen deiner Arbeit als Unterstützerin und Organisationsentwicklerin und Prozessbegleiterin kennenlernen konnten und bin mir sicher, dass auch sie viel sich mitnehmen konnten aus diesem Gespräch. Zuletzt, das machen wir bei allen Gesprächspartnerinnen, möchte ich das Wort dir übergeben und wir die Möglichkeit geben, uns noch etwas auf den Weg mitzugeben. Barrieren aus den Köpfen wegnehmen, offen aufeinander zugehen. Wir alle sind Menschen und wir alle haben unsere Stärken und wir alle haben unsere Schwächen und gemeinsam sind wir stark. Dann vielen lieben Dank für die abschließenden Worte. Wir sind somit am Ende dieses Kapitels und wir wünschen euch, liebe Kursteilnehmerinnen, noch viel Spaß beim restlichen Kurs. Bis zum nächsten Malすご. Bis zum nächsten Mal��.